. 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 was halt noch für die Platin noch übrig geblieben ist aber ich würde sagen ja, ab dem Zeitpunkt hat eigentlich jetzt Survivor 2 mehr Prio ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben bin ja, das kommt vielleicht davon, wenn man schon über einen Monat das nicht gespielt hat ja, falls man es nicht bereits wusste das ist jetzt ja hier komplett blind für mich also, ja, ich hätte hier wahrscheinlich so ein bisschen wie ein kopfloses Hühnchen herumlaufen kennt man ja ja gut, es kann vielleicht auch sein, dass wir in die Spektrale Ebene wechseln müssen, oder? ja, probieren wir es mal und den Schiff gehen ja, falsch erwarten ja, ich muss mich erst wieder hier in die Stärkung wieder einfinden also hier müssen wir wohl nicht sein, so wie es aussieht ja gut, ne? das meinte ich vorhin damit dass ich wahrscheinlich keinen Plan haben werde, wo ich hier hingehen muss und dass das Spiel auch hier so extrem dunkel ist macht es auch nicht gerade besser also, ne, es liegt nicht an euch das Spiel selber ist wirklich ziemlich dunkel oh ja, gut hier hätte ich durchschwimmen müssen, ne? oh, Mann ja, sorry dafür passiert, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt effektiv, ne? ja, ja, okay das sieht, glaube ich, komplett neu aus hmm na, dann hoffe ich einfach mal, dass ich, äh äh, wie gesagt, ja, dann hoffe ich einfach mal dass ich nicht, äh, allzu viele von diesem Fels haben werde aber ich, ich befürchte schon jetzt zum Beispiel der Struggle mit der Kamera das ist doch alles extrem dunkel hier, ne? hm, war ich hier schon? vielleicht hilft's ja was, wenn ich in der Spek cielo-Hebika unterwegs bin das ist, glaube ich, ein bisschen leiser Was ist das? Das ist nicht her. Ich sehe auf jeden Fall schon mal mehr. Das ist schon mal gut. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt hier neu ist oder ob ich hier schon bereits war. Ich weiß nicht, das sieht neu aus. Ja, man merkt schon, ich bin gerade noch nicht in der Lage, mich wirklich dazu wegzufinden. Ich sehe gar nicht. Und jetzt. Und jetzt. Ja, für wahr, für wahr. Hm, lecker schmecker. Das war nicht so lecker schmecker. Das war nicht so lecker. Sie wollten nicht peace. Ja, weil wir da ja gar nicht hingehen können, dann gibt es ja eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir da weiter laufen. Ja, rechts davon. Beziehungsweise jetzt links davon von der POV. Ja, sieht so aus. Aber ja, die Passage vorhin mit dem Unterwasser-Dings, es hat echt viel zu lange gedauert, ne? Viel zu lange. Okay. Oh, noch was da noch hier? Kann man das aufmachen? So, mein Lurking Observer war exposed. The creature vanished when he realized he was discovered. But I caught a glimpse of him, and his features were distinctive enough. This was the vampire of Vorador, the monstrous assassin depicted in the stronghold. Strange, that a creature, brazen enough to assault the circle single-handedly, would avoid confronting me. Very well. If Vorador would not come to me, I would go to him. But first I needed to find some means of reaching that terrace. Ja, das war gerade eben ein bisschen weird, ne? Das es vorher nicht funktioniert hat mit der Tür, aber... Oh well, hat ja dann den Mannschluss geklappt. Aber meine Fresse, aber das ist echt seltsam. Nisch. Ja. Naja. Ja. 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 Naja. Ja, hier zu manöverieren ist nicht ganz einfach. Ja, also die Aufnahme ist jetzt fast 40 Minuten und ich habe wahrscheinlich effektiv nur 10 Minuten an Gameplay hier gebracht. An relevantem Gameplay. Na? Ja, das... Dann machen wir auf jeden Fall ein bisschen noch weiter. Keine Frage. Oh Mann, oh Mann. Ne, du Hund, lass mich in Ruhe. Ich bin, du Hund, lass mich in Ruhe. Na, wenn das nicht mal, ja, Loki auf was hingedeutet hat, ne? Ich bin echt hier gerade am überlegen, ob ich nicht einfach dann später noch die Helligkeit hier erhöhe, weil hier sieht man echt kaum etwas. Der Signal ist unbearbeitet, also, ja, das heißt, das Spiel an sich ist ziemlich dunkel, hm. Oh, oh, oh. Fasset nicht der Breerwischt, aber nur fast. Ja, denn es ist, glaube ich, klar, wo wir hingehen müssen, ne? Ja, Connected Bells gibt es ja in der Hinsicht ja keine von dem, was ich gesehen habe, von dem, was ich noch im Kauf habe. Ja, das ist irgendwie, wenn ich euch dann gerade bin. Ja, das ist eigentlich, ich hoffe, dass ich das nicht verbracht habe. War ich jetzt noch nicht mal gut? Fangen wir uns mal runter an? Nein, es war doch nicht. Ich weiß nicht, wie wir es heute schon mal sehen. Ich hoffe aber, dass wir heute so wiederholfen und da sind. Ich hoffe. Gut. Oh, ist das denn? Oh, ein Toter. Hm. Oh, okay. Und es ist wieder dunkel. Oh, das erinnert mich aber extrem stark an... Na, sag schon. So ein bisschen an die... An Dumas-Gebiet vom ersten Soul Reaver. Na, Leute, was geht? Habt ihr Bock auf den Reaver? Schmeckt gut, habe ich gehört. Sehr gut. Es ist zum Dahinschmelzen. Es ist so gut, dass ihr leistet euch auflösen. Richtig viel Schmackes. Mal sehen, hier könnte man dann hochklettern. Geht aber natürlich nicht in der spektralen Welt. Also weiter nach vorne preschen und dann hier hoffentlich ein Portal finden, wo wir wieder zurückgehen können. In die Materiale-Ebene. Oh, das ist so gut. Attends. Wieso habe ich das Gefühl, das ist ein Rätsel? Das wurde doch nicht einfach so gezeigt. Ich meine, einfach so kommen wir da nicht ran. Das ist ja schon zu gewollt von dem, was ich hier sehe. Ja, einfach so kommen wir da wahrscheinlich nicht raus. Ja, stimmt, wir hatten noch diese Wand hier. Ah, okay. 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 Ich will da jemandem tun, das ist ja. Danke für die Seele. Ah, okay. Moment. Hier ist es einfach... Okay, ja gut. Führt in dieselbe Richtung, mehr oder weniger. Oh, bisschen Plattformen. Oh, bisschen Plattformen. Ah. Okay. Hier kommen wir einfach so nicht durch. Spitale Ebene. So, left this up. Okay, okay. Okay. Oh, ist weg. Okay. 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 Ja. Ja. Dann rotieren wir jetzt mal in die andere Richtung, I guess. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Okay, da hinten ziehen kann. Okay, da hinten ziehen kann ich's anscheinend nicht. Okay, all righty then. Nope, ich kann's nur zurückziehen. Okay. 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 Und da können wir jetzt diese Scheibe einfügen. Ah, verstehe, verstehe. Ja, erst die Hälfte, komm. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich das Licht dahin lenken, oder? Ah. Nicht ganz. Was ist eigentlich, wenn ich den Kissar abschieße? Gar nichts. Ah, gut. Ah, okay, okay. Blood is lost. Also ich. Ja. Ja. Aber leider kann ich das Ding nicht verschieben. Ja, ist euch das jetzt behandeln? Ja. 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 Ah, das ist ja gut. Oh, Mann. Ja. GG. Tja, wie das funktioniert, weiß aber niemand, glaube ich. Ich glaube, es funktioniert. Okay. Müssen wir jetzt da lassen, ein Fragezeichen? Oder... Ach gut, wir können sich nicht weiter drehen, so wie es aussieht. Okay, okay. Ja, wenn man nicht genau hinsieht, kann man schon mal so etwas verpeilen, ne? Hm. Die Sonne war aber da. Ja. Hm. Jetzt muss ich halt nur wissen, ob er sich ersetzen muss. Hm. Eija. Oh, ist das etwa die Schmiede für den Dark Reaver? Haben wir die gerade eben freigeschaltet, jetzt dadurch? Hm. Ja, sie hört, glaube ich, so aus. Ach du Schande. Ja. Ja. Okay. Jetzt, wo man es weiß, war schon ein ziemlich cooles Riesel. Aber darauf muss man halt erst mal kommen. Die Schmiede war, wenn ich zu Schmiede fühle, dass ich den Reaver wiederkriegte, wenn es in der Grundsache ist, dass ich die Riever die Schmiede über ihn herumschraubt, nicht nur die Schmiede fühle, wie in der Schmiede von Williamst, die Barren der Macht verändert. , dass sie zurückgehalten ist, nicht nur die Schmiede, dass sie vorgestellt haben. Ich bin jetzt die Schmiede, das Schmiede war, nicht nur das Schmiede, die Schmiede, die Schmiede war, sie schmieden, die Schmiede hat, in der Schmiede, So sagte ich, der Reaver hat mich verlassen. Und als ich den Kontrollen erhielt habe, dass diese älteren Schreine für uns gegründet wurden. Jedes Ziel gegründet, um den Reaver mit elementalem Kraft zu erhöhen. Jetzt habe ich den Grund der mysteriösen Basin gesehen, die ich während meiner Reise gesehen habe. Sie waren elementarische Fonte, alle aufgrund einer grundsätzlichen Essens. Als ich die Bladen erhielt, gab es alle Fonte in Nazgoth mit dem gleichen elementarischen Entzündung zusammengekehrt. Die Reavers-Einhalte waren nie permanent. Aber diese Fonte haben mich gegründet, die Bladen wieder zu erinnern, indem sie in der elementarischen Energie erhielt. Konzentrische Zirkle, die eine eclipsen die andere. Ich erinnere mich dieses Symbol aus der Tür, die die andere älteren Schreine seien. Die, die ich in der Läge gesehen habe, außerhalb des Saraphan-Stronholms. Vielleicht jetzt, als ich mit dem elementarischen Kraft der Dunkelheit war, könnte ich zurück und in die Entzündung erhalten. Wackne ist in der Tat so dunkel wie das Spiel ist. Wackne ist in der Tat. Wackne ist in der Tat. Du bist eine schweige Entschuldigung für einen Schäfer? Vorador. Ich sehe, meine Reputation über mich. Es tut. Alles gut, Iho? Ich habe dich gesehen, seitdem du aus diesem Schäfer ausgesucht hast. Es ist verrückt, dass deine Reise mit der Korruption der Pillen erinnert. Aber ich frage mich, bist du der Katalist von diesen Äventen? Oder die Antwort zu ihnen? Ich weiß nicht, was du bedeutet. Ich spreche dann. Ich verabschiede deine Orden, Herr Schrainer. Verzüge dich aus den Putrennissen des Möbius, macht mich über deine Vorstellung hier. Und was soll ich machen von deinen Appearance? Nicht human, klar. Und mehr Demon als Vampire. Und die Pillen? Es ist keine Worte, dass deine Angelegenheit in dieser Entschuldigung heraldt die Pillen des Möbius. Und ich frage dich einfach, bist du das Instrument des Möbius des Möbius? Nein. Nichts. Sehr gut. Ich frage mich auf den anderen Seite des Möbius des Möbius des Möbius des Möbius. Ich frage mich. Was ist das Problem? Diese Welt ist außerhalb der Reduktion. Lass die Menschen haben es. Ich erwarte besser, als die Möbius des Möbius des Möbius. Ich frage mich sehr gut. Ich frage mich sehr gut. 500 Jahre lang, unsere Reise war knappe, durch die Fanatikale Krusade des Seraphans. Und jetzt ist das gleiche, schreckliche Drama wiederum. In nur eine Jahrzehnte, der Möbius des Möbius des Möbius hat knappe erreicht, was der Seraphans nicht konnte. Vampire, die mit in den Menschen entdecken. Schau mal, wo sie uns gebracht haben. Was mache ich von diesen Schrecklichen, die ich dann entdeckt habe? Die Läden der Wagen der Räste, die Pillen und der Reiver? Fähre, Herr Schäuert. Die Delüsse der eine ähnliche Kultur, die sich für eine Hoffnung, lange nach dem Welt haben sie geschlossen. Seine Blut wurde weggezogen, bis nur ein von der Angelegenheiten bleibt. Er hat sich nur mit der Oblösung und seine Fähigkeit in den alten Prophecien. Aber du siehst, selbst wenn du bist, wer du bist, ist es nicht mehr wichtig. Du bist einfach zu lange. Janos Audren, der Reaver-Guardian, der letzte des Ancients und mein Maker, wurde von Seraphan fast fünf Jahre alt. Er selbst hätte die Antworten, die Sie suchen, aber seine Gelegenheiten mit ihm sterben. Ich weiß nicht, wie Sie so weit gekommen sind, ohne seine Gelegenheit, oder ohne den Reaver, die 500 Jahre vor dem Seraphan. Ich bin Angst, mein Freund, dass Sie, und alle von uns, aus Glück sind. Ich hatte weniger Grund, um in Voronnor zu glauben, als jemand anderes. In Wahrheit, der Ancients Vampire war der größte Bein, die ich so weit gesehen habe. Wenn Janos Audren war die Schlage zu all das, dann würde ich ihn finden. Und Mobius' Zeit-Stream-Device würde mir die Gelegenheit geben. Aber zuerst, musste ich einen Weg zurück in der Streichung. Und ich versuchte, dass ich die Möglichkeiten finden würde, in dem mysteriösen Schrein zu finden. So oder so, seid auf jeden Fall dann gespannt auf den nächsten Part. Wo wir dann, wie es aussieht, Mobius' Time-Streaming-Gerät hier benutzen werden. Und in die Vergangenheit reisen, um Janos Audren zu treffen. Und Thema? Bis zum nächsten Video, bis dahin, see you! Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video! 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 Vielen Dank.